Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder weiter geht's mit euren Reaction-Vorschlägen und heute gucken wir uns Songs mit Google Translate, also ein Video von Weezo, gucken wir uns an und ich bin gespannt, was musikalische Schicht auf uns so zukommt. Na, dann denkst du, wenn du den Satz hörst, es kann in dir sein. Oh mein Gott, das war doch nicht rassistisch, ich hab nur gesagt, herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute machen wir... So rede ich übrigens immer, wenn ich... ...was ganz besonderes und zwar habe ich einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast dabei und zwar ist das der... Mikey, euer Arzt-Hilfe-Styles. Wir machen nämlich heute etwas, was wir vor einem dreiviertel Jahr schon mal gemacht haben und das habe ich nämlich damals nur aus der Not heraus gemacht, weil ich dachte so, ich weiß nicht, was ich zu uns machen, so, ich mach das jetzt einfach mal, aber das kam so gut an, dass ich jetzt einfach dachte, wir wiederholen das nochmal und zwar ist das das... Krasses Google Translate Spiel, totaler Quali-Shit mit Mikey und Griso. Pew! Mikey erklärt jetzt die Regeln, 1, 2, 3, los. Also, wir haben jetzt mal wieder rausgesucht bekommen und wir wurden in Google-China-Fail-Fail-Auf, ich kenne nur Chinesisch-Altsprache, Mandarinisch, Griechisch, Türkisch und dann in Deutsch. So, okay. Wir starten jetzt mit dem ersten Song und zwar haben wir hier so Zettel. Ich gönn dir. Ich zieh das hier. Das ist von unserem lieben Freund und Kupferstecher Apo Red. Das neueste Werk. Eigentlich müsstest du mir das Lied geben. Ja, willst du das machen? Das Lied kenne ich nämlich. Du kennst das? Das ist von vorne. Dann musst du das machen. Bist du gehen raus. Baby Red. Hey Red, how you doing? Ich weiß, du hasst mich. Ich liebe es, wenn er redet. Er hat so eine tiefe... Ja, und so. Ja, Digga. Ja, Digga. Das lasse ich so manchmal an im Hintergrund und dann habe ich so das Gefühl, da ist so ein Kerl im Haus. Das ist so traurig. Nein! Nein! Was? Nein! Ja, Digga. Okay, let's go. 1, 2, 3. Ich liebe Bill. Lebensmittel oder Geld kaufen, Boote auf hohen Gebäuden. Machen sie leckeres Essen täglich. Ich fläschlinge lieber Baguette von meinem Bro. Er schrie meinen Namen, mein Freund und ich liegen zusammen im Bett. Ich scheiße in einem Film. Ich liebe Bill. Oh, ich scheiße in einem Film. Welchen Bill denn überhaupt? Den von Juki Hotel? Man weiß nicht. Man weiß nicht. Ich liebe Bill. Er kauft Boote auf hohen Gebäuden. Er geht auf hohe Gebäude und kauft dort Boote. Ich habe Bill das letzte Mal gesehen. Die sind glaube ich für Klaas eingesprungen bei Duell um die Welt, wo die da in den Käfig waren. Kennt ihr? Kennt ihr? Kennt ihr? Kennt ihr? Kennt ihr? Wenn ihr da müsstet ihr mal gucken. Sehen die so ein Käfig in Afrika? Oh nee, sehen die in Australien sogar? Ben ich jetzt gerade wirklich nicht mal. So lange her, dass ich das Video, ich glaube zwei Jahre oder so, dass ich das Video angeguckt habe. Da kenne ich ihn noch. Ja, verschlinge lieber Baguette von meinem Bro. Mit Verstehen. Warte, warte, warte. Das ist von meinem Lachen, wäre schlimm. Das ist ein Baguette, Bruder. Interpretieren nicht. Mein Freund und ich liegen zusammen im Bett. Ach, ich scheiß auf deinen Film. Daraus wird ich scheiße in einem Film. Ja, genau. Aber er liebt Bill. Er liebt Bill. Okay, ich halte dir hin, Bruder. Zieh das hier. Zieh. Zieh raus. Ich sag normalerweise nie, zieh raus, aber... Oh mein Gott! Du schaffst es jeden Satz in diese Richtung. Bitte entnehmen. Nee, oder? Nee. Oh. Oh nee. Übers Kopfkino. Zieh raus. Wenn ich mal hier Darmbesuch habe. Nee, mach ich jetzt nicht. Keine Lust. Ich bleibe jetzt drin. Steck fest. Die eine. Und zwar ist das Andreas Burani featuring Sido mit Astronaus. Da hat es jemand verschrieben. Also wenn man natürlich sein Lörres in eine Steckdose reinsteckt, dann sollte man vielleicht rausziehen, wenn er Strom ist. Also im Moment, auch wenn man das nie so gerne macht, rausziehen, aber da sollte man definitiv rausziehen und sich vielleicht dann in dem Moment lieber eine Freundin suchen. oder wenn man auf Kerle steht, ein Mann natürlich. So als kleiner Tipp. Sollte man nicht tun. Und nein, wenn jetzt die Frage kommt, ich habe es bestimmt noch nie getan und ich werde es auch nie tun. Aber vielleicht. Mal gucken. Was ist da denn passiert? Was ist da denn passiert? Ich dachte jetzt, oh ein Scheiß, das wäre das Lied. Immer Welt. Rekord geknackt. Es ist Zeit. Ich flieg weg. Ich klebe an der Erde. Nix hält mich am Boden. Außer mein Dicker Boden. Das ist mein Glück. Ich hatte lange keine Ergüsse. Als fliegender Leser. Ich zerblicke die Welt von, die Erde von oben. Von Elber, oh. Alles in blau. Ich habe meine Uhr vergessen. Wie ein fliegender Leser. Aber warum ist alles klein? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wenn man das Ipko-Armenisch-Schwedisch... Wo ist Ipko? Westlich von Moskau. Bist du dir sicher? Nein. Nein. Also warte kurz, du fliegst weg, aber du klebst trotzdem an der Erde. Ich hänge an der Erde, so kann man es ja auch sehen, so metaphorisch. Du musst ja metaphorisch. Ja, das war schön. Was kommt als nächstes, Mikey? Ich komme an der Erde. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich hänge auch an der Erde. So lange, bis ich eine Möglichkeit gefunden habe, mit ein paar Leuten Richtung Mars zu machen, dass wir uns da eine Kuppel oder mehrere Kuppeln hinbauen. Dass wir natürlich auf dem Mars leben können. Der Jahrhunderte während der Sturm, ja gut, der ist ein bisschen nervig, aber der soll ein bisschen kleiner werden. Aber dann hänge ich auch nicht mal an der Erde. Also dann könnte man die Erde auch wegbomben, weil dann bin ich ja nicht mal drauf. Also wer Bock hat immer noch, ne? Ich suche Leute, die eine Rakete bauen, schreibt mich irgendwie an, auf Instagram oder so. Können ja auch ein paar Leute fragen von Mexiko, da habe ich gesehen, bei South Park, die können ganz gute Raketen bauen. Die schaffen es sogar eine Wahl, in den Weltraum zu schießen, ne? Ja. Vielleicht kommen wir dann bis... Oder vielleicht noch weiter, ne? Vielleicht nicht nur bis Mars, vielleicht kommen wir ja noch weiter, ne? Mikey! Das ist, weil ihr es so interpretiert. Nein! Doch! Mann, 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 Mann. Schreibt uns mal in die Kommentare, wenn wir eine Disney-Ausgabe von Google Translate machen sollen. Falls ja, dann schreibt uns direkt auch, welche Songs wir da machen sollen. Zum Beispiel, I can show you the... Oder auch... Sag ja mal. Ah, Svenja, Badabipsi, Baba. Alligatua. Oh, Svenja. Na, Svenja! Das mache ich, wenn ich irgendwann so ein Kind habe. Ah, ihr will singen, ja. Und dann lasst ich das Kind fallen. Oh, Entschuldigung. Wollte ich nie. Und dann... Ähm... Badabipsi, Baba. Dann geht das so runter. Ich habe mir jetzt ein Lied gezogen. Ja, mach doch mal. Das sind die Alligator. und zwar der song willst du ich will nicht aber ich gehe immer ab in clubs wenn ich das warum kriegt er immer die monster krassen ach das fun ist umgefallen es hat so dünne beinchen das kann ich auf dem beinchen stehen das sind nur zwei kleine fäden kann man das sehen das sind übrigens die leute die inspirieren und nur den oberkörper trainieren genau so sehen sie aus genau so deswegen muss es sitzen hat mir übrigens ein fan geschickt als du das siehst ich habe sehr viel freude an diesem guten und an dem auch da an dem auch okay dass ich dich bestäubt dann reibe ich dich mit rosen ein du siehst aus wie eine seife willst du dass ich dich verstehe besser als drogen nehmen ich habe die ganze zeit an die zensierte version die ganze zeit den hier macht bei jemanden so ich bin stolz bin ich digga so bienen machen so ja in dem in meine vision schon das war so eine biene mit so ärmeln so wie so ein t-rex und dann macht sie die du siehst aus wie seife ich habe es in einer soap gesehen das verstehe ich auch ich habe etwas gesehen in einer soap so ist natürlich seife von xosa nach igbo was sind das für sprachen und wo ist xosa nein das ist usa werden klicks nicht als x gezeigt kennst du diese klicksprache ja natürlich dieser aus zu zeichen ist der klick nicht ja auswendig gelernt also ich sage jetzt mal hallo wie geht es euch ist ganz schwierig aber kann man lernen kann man man kann bei mir auch im kurs machen kostet pro stunde 300 euro dann könnt ihr die klicksprache lernen wenn ihr lust darauf haben aber gibt es nicht verschiedene formen von klicks ich bin dran soll ich ihnen die auswahl zur verfügung stellen das ist super das ist unmissverständlich okay was was wie wir das was ist das denn das ist kraftklub schüsse in die luft ja das kenne ich sogar und ich wurde in die luft geschossen tulli 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 ich werde in den krieg ziehen aber niemand wird mit mir gehen klimaanlage dreimal stoß 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 kleiner bin ich zurück ich wurde in die luft geschossen tulli 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 aber es gibt keine beschwerden über lärm klimaanlage dreimal stoß stoß aufstand in berlin tag und nacht stopp, stopp, nein ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, aber wie kommt das dazu? besser als das original mongolisch es wurde ja auch gurayati mongolisch und irgendwo in dieser eine sprache, was ist gurayati? in bremen spricht man das maiki, maiki ist dran, nächste runde, neues glück, neue runde lieblingsmensch von namika das ist lange her, das war ein sehr großer song, der vielen leuten auf den sack gegangen ist mir natürlich nicht, doch mir schon, mir auch ein bisschen, aber ich will das nicht so sagen das dies sagt mir grad gar nichts eins, zwei, drei und... hallo Leute, vielen Dank, lass mich dir zeigen, ich kann in dir sein, dein Traum ist verräumt was? oh mein Gott ey, du interpretierst das falsch, guck mal ich dachte an diesen einen Film, wo man mich schrumpft und dann komm ich in andere Körper so rein was? guck mal, und dann kann ich so ein Cholesterin-Bild ab in alle Gefäßen entfernen, damit die Person keinen Herzinfarkt kriegt warte, 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 warte wir müssen ein bisschen Bildung ja genau, Bildung messt euer Cholesterin, indem ihr euch schrumpft wüsste keinen anderen Sinn, wie man den Satz interpretieren könnte ja! ja! hey Digger Achtung, ich ziehe, Achtung okay, ich habe, was du Liebe nennst Digger wie wird das? es geht weniger um, äh, um lieb sein, sondern mehr um Leidenschaft, hab ich dir hier den Eindruck? es geht mehr von dem was? Digger das ist das ist das ist das ist das ist Frau mach dein Spezialgebiet der Liebe auch ohne Zärtlichkeit ich will Hingabe Hilfe, was ist passiert diese Nachtpark hier ich stehe hier oh ja Frau gib Spezialgebiet der Liebe auch ohne Zärtlichkeit ich will Hingabe Hilfe, was ist passiert diese Nachtpark ich in dir in dir Baby ich bin gerade geschockt, Leute ich war nicht dafür bereit what? das ist Mr. Grey genau ohne Zärtlichkeit wir lassen die Zärtlichkeit einfach mal weg Hauptsache hier ist Leidenschaft und Hingabe das ist die Aussage letztlich diese Nachtpark ich in dir oh haaa ist ja und das hast du jetzt gesungen das ist ja, aber ich das ist ja, man muss ja auch ist okay whatever Flo Zippo tobt euch aus Hauptsache alle haben aber ich will keinen Fortschein ey, ich will nichts sagen ich will nichts sagen ich will nichts sagen ich bin gut ja, ich finde das waren doch ziemlich viele gute lustige Songs Leute ich hoffe das Video hat euch gefallen wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß hier wirklich ich fand es irgendwie viel geiler als beim ersten Mal oder? ja, war schon geiler alles was wir sagen klingt weird an diesem Punkt schreibt uns gerne in die Kommentare wenn ihr wollt, dass wir irgendwie eine Special Edition Disney bitte genau, wenn wir irgendwie eine Disney Edition machen sollen von Google Translate oder wenn ihr irgendwelche anderen Ideen habt wenn euch das Video gefallen hat dann schreibt uns das doch gerne in die Kommentare oder lasst uns das durch ein Like wissen hier irgendwo im Bild ist jetzt auch der Mikey verlinkt etwa da er hat auch einen ganz wundervollen Channel den könnt ihr euch angucken ansonsten gibt es gar nicht mehr so viel zu sagen wir sehen uns nächste Woche wieso bin ich nicht verlinkt Mensch und auf Wiederschauen ja, cooles Video definitiv Dativ Akkusativ hat mir mega gefallen was man so ähm aus den Liedern so zaubern kann wenn man äh ja das sind mehrere Sprachen übersetzt und dann äh am Ende in Deutsch finde ich cool gefällt mir kriegt ein Like in Facebook und ein Like auf YouTube und ich hoffe euch hat es auch gefallen wenn ihr mehr Vorschläge habt schickt sie mir bitte über Instagram über Twitter macht ihr eh nicht dann schickt sie mir einfach über YouTube bla 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 bis dahin sehen wir uns im nächsten Video haut rein und tschüss